An was denken Sie, wenn Sie an Ihre örtliche Volksbank Raiffeisenbank denken? Die Baufinanzierung für das Eigenheim in der Leipziger Rheinaussiedlung? Die Hausbank, mit deren Krediten sich die Schreinerei aus der Lüneburger Heide eine neue Schneidmaschine einkauft? Mit dem Slogan, den kennen Sie, wir machen den Weg frei. Und Filialen in fast jedem deutschen Landkreis stehen die VR-Banken für das Gegenteil von risikoreichem Gezocke wie den Lehman Brothers. Sondern für grundsolides deutsches Wirtschaften. Ein bisschen angestaubt vielleicht, aber eben auch genossenschaftlich solidarisch. Doch gerade im drögen Umfeld deutscher Genossenschaftsbanken spielt sich ein überraschender Krimi ab. Es geht um den Verdacht auf Steuerhinterziehung, Kontakte ins Rotlichtmilieu und den ehemaligen Fußballprofi Stefan Effenberg. Eben jenen hatte die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden aus Südthüringen als Banker angeheuert und sich so den Spitznamen Effenberg Bank eingefangen. Mit risikoreichen Geschäften hat sich die Effenberg Bank offenbar verspekuliert und hofft nun auf Rettung durch die Sicherungseinrichtung aller Genossenschaftsbanken. Da geht es wohl um mindestens 220 Millionen Euro Verlust. Die drücken auf die Bilanz der Effenberg Bank. Selbst die BaFin, also die Finanzdienstleistungsaufsicht des Bundes, schritt ein und entsandte zwei Sonderbeauftragte nach Thüringen, um den Vorstand und Aufsichtsrat der Bank neu zu besetzen. Ein beinahe einmaliger Vorgang in der jahrhundertenalten Geschichte der deutschen Genossenschaftsbanken. Bei mir im Studio sind heute Volker Futzmeier und Vinzenz Neumeyer. Beide recherchieren seit Wochen über die mutmaßlich schmutzigen Geschäfte der Effenberg Bank und wissen deshalb, in welchen dubiosen Gestalten und Firmen die Volksbank aus Südthüringen ihr Geld gesteckt hat. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Streitfälle der deutschen Wirtschaft, wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Volker, hallo Vinzenz. Hallo Ina. Hi Ina, schön, dass wir hier sein dürfen. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. Es geht um Effenberg, Bank und Bordelle. Das sind drei Schlagwörter, die man so eigentlich erstmal nicht miteinander verbinden würde. Könnt ihr kurz schon mal erklären, wie Effenberg zur Bank kam und die Bank dann zu den Bordellen? Klar, also ich probiere es mal. Die VR-Bank bei Salzungen-Schmalkalden hat Stefan Effenberg 2018 als Banker angeheuert. Das war damals ein richtiger Marketing-Coup. Es gab sogar einen Artikel in der Bild-Zeitung damals. Und der Spitzname Effenberg Bank, der kam dann eigentlich fast folgerichtig kurz darauf auf. Hintergrund der Verpflichtung Effenbergs, die Bank aus Thüringen, die wollte mit Fußballvereinen ins Geschäft kommen. Also 1. FC Köln oder Schalke mit Krediten versorgen. Und Effenberg sollte da mit seinen Kontakten und seinem Fachwissen aus der Fußballwelt, der war ja mal Profi, der kennt dir ja alle die ganzen Nasen da, ein bisschen aushelfen und Kontakte vermitteln und die Kredite einstiehlen. Klassisches Bankerzeug eigentlich. Und das hat soweit eigentlich auch ganz gut geklappt. Die Effenberg Bank hatte sogar Kontakte zu Athletico Madrid, also dem ehemaligen Champions-League-Sieger aus Spanien. Und damit Effe seinem Job als Banker auch gewachsen ist, spendierte ihm die Bank sogar extra eine Fortbildung bei der Akademie Deutscher Genossenschaften in Monterbauer. War damals nicht ganz billig, mehrere 10.000 Euro hat es gekostet. Und Effe, also der alte Profi, der war richtig begeistert von seinem neuen Job. Hören wir mal rein, was er gesagt hat zu seinem neuen Arbeitgeber. Mit meiner Erfahrung und meinen Kontakten im Sport will ich helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, wo wir finanziell unterstützen. Ich bin froh und stolz, dass ich da mitarbeiten kann. Na, da war aber jemand sehr positiv optimistisch. Aber wie kommen wir jetzt zu den Bordeauxen? Wie gehören die dazu? Wir müssen da einen harten Schnitt setzen. Das Fußballgeschäft, in dem Effenberg tätig war, ist nur ein relativ kleines Geschäftsfeld der Bank. Der weit größere sind Immobilien. Der Bank gehörten Immobilien auf Sylt, Villen auf Mallorca, eine Villa in München. Die waren beim Bauprojekt in Salzburg beteiligt. Die waren richtig tief in dieser Immobilienszene drin. Und ein Investment, so kann man es nennen, sind 16 Grundstücke in der Flasshofstraße in Oberhausen im Ruhrgebiet. Und diese 16 Grundstücke, naja, die liegen nun mal auf der ältesten Rotlichtmeile oder einer der ältesten Rotlichtmeilen in Europa. Da sind Bordelle und da sind Prostituierte anwesend. Man kann sich das vor Ort so vorstellen, ich war da, also man geht da rein in diese Straße, ziemlich abgeranzte Gebäude. Der Putz bröckelt von den Wänden. Dann kommt so ein großer Sichtschutz, dass man die Prostituierten nicht sieht von außen. Dann geht man rein. Links und rechts sind rot getünchte Fassaden mit großen Fensterfronten. Und da sitzen dann die Prostituierten auf Stühlen mit Unterwäsche und warten auf ihre Kunden. Und die schlendern in der Mitte diese Straße entlang und können sich quasi, so kommt man ins Geschäft, kann man sagen. Also ein guter Vergleich ist eigentlich die Herbertstraße auf St. Pauli. Die funktioniert so ähnlich. Nur in Oberhausen wirkt alles noch ein bisschen abgeranzter und ein bisschen bruchbudiger. Ich kann es mir tatsächlich nach deiner Beschreibung, Vincenz, ganz gut vorstellen. Wirkt auf jeden Fall eigentlich wie kein angenehmes Szenario und eigentlich deswegen ja auch für so eine Bank vielleicht nicht unbedingt, worüber sie gerne sprechen würden. Volker, würdest du denn sagen, dass man so weit gehen kann, dass die Effenberg Bank Bordellbetreiber ist? Also bekommt die Bank Geld aus der Prostitution? Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie unmittelbar Bordellbetreiber ist. Aber indirekt muss man das eigentlich schon sagen. Weil faktisch ist es ja so, dass mindestens vier dieser 16 Immobilien in diesem Oberhausener Milieu rund um die Flasshofstraße sind Bordelle. Also da werden tatsächlich aktiv Bordelle betrieben. Und es ist ja üblicherweise so, dass die Prostituierten sich da einmieten. Also die bezahlen dann halt pro Nacht einen bestimmten Betrag. An den Bordellbetreiber und der Bordellbetreiber wiederum zahlt dann die Miete oder die Pacht an den Eigentümer. Und der Eigentümer ist halt die Effenberg Bank in Südthüringen. Also insofern kann man schon davon sprechen, dass sie indirekt von dieser Prostitution profitieren. Man muss dazu noch sagen, dass die Puffimmobilien, wenn ich das jetzt mal so flapsig formulieren darf, von zwei Personen erworben wurden, die unmittelbar diesem Milieu auch zuzurechnen sind. Also die in diesem Rotlichtmilieu eine wichtige Rolle spielen. Das wissen wir, wir haben die Namen auch und die sind in der Szene bekannt. Also insofern kann man da schon an der Stelle... In der Immobilienszene oder von welcher Szene sprechen wir? Ja, ich spreche jetzt eher von dieser Rotlichtszene. Von beidem. In diesem Milieu, genau. Ja, also da sind natürlich auch irgendwelche Firmen zwischengeschaltet und so weiter. Aber also es ist halt so, dass diese beiden Personen das verkauft haben nach Südthüringen. Und das war viel Geld, was da geflossen ist. Also wir haben die Kaufverträge uns besorgt und da sind halt mindestens neun Millionen Euro geflossen. Und ja, das ist halt das, was sozusagen die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden gezahlt hat dafür. Und wir haben auch mit Christian Gervais darüber gesprochen. Das ist der Sonderbeauftragte, den die Bafin nach Bad Salzungen-Schmalkalden geschickt hat, um die ganzen Geschichten aufzuräumen. Wir sprechen ja noch gleich über andere Dinge, nicht nur über diese Immobilien in Oberhausen. Und der durchflügt gerade die Bilanzen im Auftakt der Bafin und versucht das alles wieder halbwegs in Ordnung zu kriegen. Und der ist auch mehr oder weniger entsetzt davon. Und vielleicht hören wir mal an, was Herr Gervais dazu sagt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Ich bin entsetzt, dass so etwas in einer Genossenschaftsbank geschehen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass in einer Bank, in der die Mitgliederorientierung so sehr betont wird, Raiffeisens Motto, das Geld des Dorfes dem Dorfe, derart missbraucht wird. Ja, das ist eine sehr deutliche Aussage. Und man muss ja aber auch wirklich deutlich sagen, dass eine deutsche Volksbank sich für sehr viel Geld, wenn man das so nennen darf, eine Puffmeile oder eine halbe zusammenkauft, ist das ja auch nun wirklich ungewöhnlich. Vielleicht hatten die aber ja auch andere Pläne mit diesen Gebäuden. Ja, vielleicht. Die Stadt Oberhausen, das stimmt, die planen schon seit langem, diese Bordelle zu verlegen an den Stadtrand. Allerdings hat der Oberbürgermeister von Oberhausen das Ganze schon 2014 angekündigt, also vor zehn Jahren. Passiert ist bislang gar nichts. Die Bordelle laufen weiterhin dort. Dass die Bank darauf spekuliert haben könnte, dass bei einer Verlegung dann ein Baugebiet frei wird, dass man billig die Bordelle ankauft und dann abreist und ein Seniorenheim oder eine Wohnanlage hinbaut, das mag schon sein. Aber aktuell wird da in naher Zukunft nichts passieren. Das heißt, die Bank kann aktuell nur Geld durch die Vermietung verdienen. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Das muss man relativ deutlich so sagen. Ja, an der Stelle kann ich vielleicht noch hinzufügen, die Miete, die da fließt, ist gemessen an dem, was die Bank investiert hat, sehr gering. Also das ist auffällig jedenfalls. Das sind, ich glaube, 13.000 Euro pro Monat. Wenn nicht gar noch weniger. Ja, und da fragt man sich natürlich, also unter Renditegesichtspunkten ist diese Investition wirtschaftlich völlig sinnlos. Es könnte natürlich sein, dass auch auf anderem Wegen noch Geld fließt, aber an der Stelle verbieten sich natürlich Spekulationen. Ja, was ich vielleicht auch noch ergänzen möchte, diese Flasshofstraße. Das ist, wie so oft im Rotlichtmilieu, ist auch die organisierte Kriminalität nicht weit weg. Und wir wissen jedenfalls, dass auch die Hells Angels da eine gewisse Rolle spielen. Und es gab auch Auseinandersetzungen zwischen diesen Rockergruppierungen, Hells Angels und Bandidos. Da ist vor einigen Jahren mal ein Rocker auch niedergeschossen worden in der Nähe der Flasshofstraße. Also da geht es schon richtig heiß her. Vielleicht nur, um nochmal die Zeitreihe zusammenzukriegen. Ihr habt gesagt, 2014 hat der Bürgermeister schon angekündigt, da was eventuell baulich verändern zu wollen, sage ich jetzt mal. Wann hat die Bank das gekauft? Die Kaufverträge sind allesamt aus 2022. Okay, das lasse ich jetzt mal so stehen. Also das heißt, dass sich dieses Projekt verzögert. Das war 2022 wahrscheinlich ja auch schon absehbar. Jetzt muss man sagen, die Bank hat ungefähr 18.000 Genossen. So heißt das ja, wenn man sich bei einer Volksbank, Reifeisenbank engagiert oder da Mitglied ist. Wie finden die denn das eigentlich, dass sich ihre Bank im Rotlichtmilieu rumtreibt? Der Sachverhalt ist ganz interessant. Es gab vor kurzem eine Sitzung von mehreren hundert Genossenschaftsmitgliedern der Bank. So in der Tourenhalle da in Südthüringen haben sich die getroffen. Und da wurde der Bericht des Handelsplatzes über die Bordellimmobilien als Lüge, Hetze, Manipulation. Sowas in der Art waren da die Schlagwörter. Und generell haben offenbar ganz viele Mitglieder der Bank das Gefühl, dass eine Art Verschwörung der BaFin oder des Bundesverbands der Volksbanken und Reifeisenbanken so irgendwie da tobt gegen ihre erfolgreiche Bank aus dem Osten. Und jetzt kommen die Kräfte von außen und wollen das kaputt machen. Also die Stimmung war da richtig aufgeladen. Und wir können mal reinhören, einer der Wortführer war der ehemalige Landrat. Da in Südthüringen, der Herr Peter Heimrich. Und der hat da schon ordentlich auf den Putz gehauen. Und während dieses Gesprächs kam mir die Vermutung, dass die Burschen ohne Votum unserer Generalversammlung einen solchen Sanierungsvertrag mit dem BVR beziehungsweise mit dem Sicherungsinstitut des BVR ganz einfach abschließen wollen. Und da habe ich denen gesagt, hier sitzt ein Zeuge, da habe ich denen gesagt, wenn ihr das macht, dann ziehen wir euch persönlich zur Verantwortung. Und wenn das als Drohung gemeint war, das können sie mitnehmen. Genau das werden wir auch tun. Ganz spannend. Du hast gerade unsere Berichterstattung erwähnt. Vielleicht an der Stelle kurz der Einschub. Wann haben wir das erste Mal beim Handelsbad darüber berichtet? Also über die Bank berichten wir schon seit einigen Jahren. Und wir sind jetzt allerdings tiefer eingestiegen. Wir hatten ein paar exklusive Geschichten. Also das mit den Oberhausener Bordellimmobilien, das war öffentlich noch nicht bekannt. Das haben wir sozusagen herausgefunden. Auch mit dem Arbeitsgerichtsstreit Effenberg. Darüber haben wir berichtet. Und es geht jetzt auch noch munter weiter. Also wir werden uns schon jetzt weiterhin der Sache annehmen, weil in Kürze steht auch eine Generalversammlung bevor. Die soll am 26. März stattfinden. Und deswegen werden wir uns mit dem Thema weiter beschäftigen. Man muss sagen, dass wir natürlich nicht niemals einfach nur über diese Bank berichten würden und irgendwelche Unwahrheiten verbreiten würden, sondern wie immer fußt alles, was wir berichten, auf den Boden der Wahrheit. Und wir würden natürlich auch keine Tatsachen behaupten, für die wir keine Belege haben oder keine Quellen. Also wenn wir uns jetzt nochmal die Bank anschauen, dann muss man ja sagen, da ist ja jemand, der steuert so eine Bank. Irgendjemand weiß ja immer, irgendeiner zieht immer die Fäden. Wer ist denn das eigentlich bei dieser Bank? Ja, das ist Stefan Siebert. Also der hat zumindest 20 Jahre lang die Geschicke der Bank geleitet. Und das ist auch ein Punkt, wo wir kürzlich berichten konnten, dass es gegen Herrn Siebert ein Ermittlungsverfahren gibt, und zwar wegen des Verdachts auf Steuernderziehung. Also Herr Siebert ist wirklich eine sehr exotische Figur in der Bankenlandschaft. Nicht nur, weil er immer so eine hellblaue Brille trägt, sondern weil er eben auch innovative Geschäftsmodelle eingeführt hat bei dieser Bank. Also wir sprachen eben schon über Stefan Effenberg und das Fußballgeschäft. Das war wohl eine Idee von Stefan Siebert. Und auch die Immobilien, das war auch ein Faible von Herrn Siebert. Natürlich jetzt nicht nur in der Region, was ja durchaus üblich ist für eine Volksbank, sondern eben auch weit überregional war er tätig. Also diese Immobilien, Maria Wörth, Sylt, Mallorca. Vinzenz hat es eben schon angesprochen. Aber er hatte auch noch ganz andere Geschäftsfelder aufgemacht und steht natürlich jetzt auch sehr stark bei dem Sonderbeauftragten der BaFin und bei der Sicherungseinrichtung der Volks- und Raiffeisenbanken unter Beobachtung. Also er ist jetzt nicht mehr in der Bank. Er ist im November 2023 ausgeschieden. Und ja, jetzt hat er da eigentlich nichts mehr zu melden. Aber es gibt halt eine große Anhängerschaft unter den Genossen und die verteidigen den nach wie vor. Also er hat tatsächlich eine große Gruppe von Unterstützern. Und der war ja auch relativ lange da, muss man sagen. 20 Jahre, glaube ich, habe ich in eurem Artikel gelesen. Das heißt, der hat ja nun wirklich auch viel Zeit gehabt, viel mehr Zeit als andere Vorstandschefte es vielleicht gehabt haben. Aber du hast die Ermittlungen schon angesprochen. Sag da mal ein paar Sätze zu. Worum geht es da? Ja, es gab eigentlich mehrere Ermittlungen, muss man dazu sagen. Also 2018 ermittelte schon die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Mühlhausen gegen Siebert. Und da ging es um den Verdacht der Untreue zulasten der Bank. Der Bank, beziehungsweise Herr Siebert, ist es dann gelungen, dieses Verfahren gegen eine Geldauflage eingestellt zu bekommen. Und die Auflage in Höhe von mehr als 200.000 Euro, was ja schon eine Hausnummer ist, die hat nicht Siebert selbst bezahlt, sondern die Bank. Also er hat es tatsächlich geschafft, das sozusagen auf die Bank abzuwälzen. Und da kommen ja noch Rechtsanwaltskosten und so dazu. Deswegen war das schon eine relativ teure Angelegenheit für die Bank. Und zurzeit gibt es eben ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Siebert. Und diesmal ist es die Staatsanwaltschaft Meiningen, die ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Worum es da genau geht, wissen wir noch nicht. Also die Staatsanwaltschaft hat uns bestätigt, dass ermittelt wird. Aber die Details, die müssen wir halt noch recherchieren. Und die Frage ist halt, ob die Bank möglicherweise wiederum für die Verfahrenskosten aufkommt. Möglich ist das. Es gibt ein Protokoll der Bank, in dem das so beschlossen wurde, dass das grundsätzlich zulasten der Bank geht. Vielleicht hören wir noch mal kurz rein in diesen Beschluss zur Kostenübernahme. Der Aufsichtsrat geht davon aus, dass sich Erstattungsleistungen im Bereich von etwa 500.000 bis 600.000 Euro bewegen können. Wobei dieser Betragsrahmen vor dem Hintergrund, dass die Kosten noch nicht endgültig bewertet werden können, nicht als Höchstbegrenzung zu verstehen ist. Herr Siebert ist zurückgetreten und seitdem führt eben der Sonderbeauftragte der BaFin, wir haben ihn eben schon mal kurz benannt. Das ist Christian Gervais, die Geschäfte der Bank, zusammen mit zwei Mitvorständen. Das ist noch ein alter Vorstand und jemand, der jetzt neu benannt wurde als Vorstand. Also ihr habt es ja schon gesagt, also dass da jetzt ein Sonderbeauftragter der BaFin die Geschäfte der Bank führt, das ist wirklich nicht alltäglich. Und da sind ja auch schon auch, also ich meine, wir haben ja jetzt schon über einige komische Verdachtsmomente zumindest gesprochen. Gibt es denn noch mehr? Kurz gesagt, ja, da gibt es noch einiges mehr. Da sind so einige Dinge passiert, die rein ökonomisch betrachtet ein bisschen komisch anmuten. Der Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken kritisiert zum Beispiel in einem Schreiben, das ist vertraulich, aber liegt uns vor, ein Geschäft der Bank, bei dem es darum ging, Wasser vom Heiligen Berg Athos aus der gleichnamigen Mönchsrepublik in Griechenland zu fördern und dann zu vermarkten. Vor allem so angeblich an Gläubige aus Osteuropa. Großartige Geschichte, möchte ich sagen. Ja, mega. Also wenn man 18 Millionen irgendwo investiert, dann in heiliges Wasser aus Griechenland. Aber das ballert richtig. Hat in dem Fall aber leider nicht geklappt. Dieser Kredit ist faul geworden. Der floss übrigens an eine Briefkastenfirma auf Zypern, das nur am Rande. Jetzt hat man ein Problem. 18 Millionen, das Ding ist faul, was macht man jetzt? Okay, die Effenberg Bank hat offenbar Folgendes gemacht. Da kam ein Geschäftspartner daher, ein Herr Aydin Taschi aus der Immobilienbranche. Der hat gesagt, Jungs, ich nehme euch das Ding ab. Passt so, für die gleiche Summe. Dieser Bundesverband der Volksbanken, Raiffeisenbanken sagt, okay, wieso kauft jemand einen faulen Kredit für die gleiche Summe ab? Das ergibt keinen Sinn. Das kann eigentlich nur auf Geldwäsche hindeuten. So, Herr Taschi bestreitet das. Also, er hat kein Geld gewaschen, sagt er. War alles super sauber. Vielleicht muss man noch ergänzen, also die Vita Herrn Taschis. Der Mann ist zur Zeit auf Bewährung draußen und ist wegen Insolvenzverschleppung vorbestraft. Ein Jahr auf Bewährung vor dem Amtsgericht Leipzig. Und das ist auch ein ziemlich bunter Vogel. Wir haben mal ein Zitat von ihm, wie er so seine Geschäftspraktiken beschreibt. Vielleicht wollen wir mal reinhören, was er so uns geschrieben hat. Okay, ich meine, wenn er sagt, er ist gläubiger Christ, dann macht das mit dem heiligen Wasser ja vielleicht doch ein bisschen mehr Sinn als vorher. Darf man zumindest nicht ausschließen. Aber trotzdem muss man sagen, dass der Vorgang an sich schon auch mindestens ein Hingucker ist. Eben halt auch für die BaFin. Also, da gibt es diese thüringische Volksbank, die möchte gerne heiliges Wasser aus Griechenland verkaufen. Und den Kredit, den sie dafür aufgenommen haben, verkauft die Bank, verkaufen sie, die Vorstände, an vorbestrafte Wirtschaftskriminelle. Das ist, wie gesagt, mindestens mal ein Hingucker. Absolut. Und vielleicht darf ich da auch mal an der Stelle Werbung in eigener Sache machen. Also, wir haben uns den Herrn Taschi und die Whitefield-Gruppe, so heißt das Unternehmen, was er sozusagen führt, haben wir uns mal genauer angeschaut. Und da haben wir jetzt gerade auch eine große Geschichte zugemacht. Und wer da Interesse hat, kann sich gerne das mal anschauen. Und wie gesagt, das ist auch eine sehr illustre Person, dieser Herr Taschi und diese Whitefield-Gruppe. Und die haben nicht nur Geschäfte in Thüringen gemacht, sondern auch in ganz Deutschland. Und ja. Handelsblatt.com, ich kann es immer wieder nur empfehlen. Schauen Sie gerne rein, da finden Sie diese und alle anderen Geschichten des Investigativ-Teams natürlich zum Nachlesen. Aber wir waren bei der Bank stehen geblieben, denn die Bank, naja, also die ist irgendwie speziell, Volker, oder? Ja, es gibt andere skurrile Geschichten. Und zwar hatte der Herr Siebert wohl eine besondere Affinität zur Landwirtschaft. Also, es gibt wohl auch einen Hintergrund. Vielleicht kommt er aus einer Familie, die landwirtschaftlich geprägt ist. Ganz genau wissen wir das nicht. Auf jeden Fall hat er sehr viel Geld in die Hand genommen, also Geld der Bank natürlich, wieder nicht sein eigenes Geld, um in landwirtschaftliche Maschinen zu investieren. Also, da sind Hallen, die vollstehen mit Traktoren und Mähdreschern und teilweise werden sie wohl vermietet und auch genutzt. Also, es sind neue Maschinen, teilweise Mähdrescher, uns liegen da Listen vor, von Klaas zum Beispiel für fast 800.000 Euro zwei Mähdrescher oder Schlepper von Fendt, also dieser Traktorhersteller Fendt. Die hat er angeschafft für sechsstellige Summen und er hat wohl offenbar auch ein Faible für Oldtimer, also alte Traktoren, die schon 30, 40 Jahre alt sind und heutzutage als Oldtimer gelten. Und, ja, wie gesagt, die hat er alle auf Kosten der Bank angeschafft und das liegt auch, also Investitionsvolumen liegt auf jeden Fall im zweistelligen Millionenbetrag. Können wir mal ganz kurz an dieser Stelle darüber sprechen, dass es doch eigentlich das Geschäftsmodell der Banken ist, Geld an Menschen zu verleihen, die damit wiederum Güter kaufen und dann damit, was auch immer machen, eventuell weiter verleihen. Aber es ist doch schon auch ungewöhnlich, dass eine Bank selber Güter kauft, um sie dann zu verleihen, oder? Ja, absolut richtig. Das sind ja auch alles Geschäfte, die jetzt der Sonderbeauftragte da auf den Prüfstand stellt. Und er will sich ja auch trennen von diesen Immobilien, er will natürlich gucken, dass er dieses heilige Wasser da los wird, beziehungsweise diese Altlasten halt wieder abschüttelt. Und ich denke, er wird jetzt auch Schritte einleiten, um die ganzen Mähdrescher und Traktoren loszuwerden. 200 Millionen Euro Verlust, sagt man, hat diese Bank in der Bilanz stehen. Würde das denn das Ende der Effenberg Bank bedeuten, rein theoretisch? Also erstmal, es sind wohl mehr als 200 Millionen, eher so 240 bis 280 Millionen maximal Verlust. Aber, um das ganz deutlich zu sagen, eine Insolvenz ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich zurzeit. Der Grund ist relativ simpel. Die Effenberg Bank ist wie alle Volksbanken an ein Sicherungsinstitut angeschlossen. Das gehört dem Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Und das Ding kehrt halt Geld aus, wenn ein Kredit faul wird bei einer Bank und springt mit Garantien ein. Und so spannt man quasi einen Rettungsschirm über die Effenberg Bank. Diese beiden GmbHs oder diese beiden EGs, die schließen da einen ganz normalen Vertrag, eben über die Sanierung. Der Vertrag ist auch unterschrieben. Erstmal alles sicher. So, und jetzt das Aber. Viele Genossen in Südthüringen, die wollen die Rettung ja nicht. Die sagen, uns geht es ja eigentlich gut. Wir brauchen das nicht. Und man kann einen Vertrag, wie jeden Vertrag, naja, auch wieder kündigen. Ich meine, der Herr Heimlich hat es ja gesagt bei dieser Vorsitzung, wir haben es ja vorher gehört, man ist da sehr unzufrieden. Und wenn die Genossen beschließen sollten, bei einer Generalversammlung am 26. März oder vielleicht noch bei einer anderen Versammlung, diesen Vertrag wieder aufzuhebeln, dann fließt auch kein Geld und dann könnte möglicherweise ein Super-GAU drohen. Vor allem für die kleinen Kunden und Darlehensnehmer der Volksbank. Das ist eine Regionalbank. Da sind viele Bäcker, Metzger, Schreiner sind da Kunden und auch Darlehensnehmer. Das könnte dann schon schwerwiegende Konsequenzen haben. Und vor allem verlieren auch die Genossen, also es gibt ja 18.000 Genossen, die verlieren sozusagen ihre Einlager. Also um Mitglied der Bank zu werden, muss man ja einen Genossenschaftsanteil kaufen. Und diese Genossenschaftsanteile, die würden dann wertlos. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt-Wochenende. Ich bin Charlotte Hauenhorst, Digitalchefin beim Handelsblatt. Und ich bin Sven Prange, Leiter des neuen Wochenend-Teams. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende. Mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Lass uns jetzt nochmal ganz kurz sagen, aber entschieden ist noch nichts. Oder kann man da noch was machen? Oder wann wird was entschieden im Zweifelsfall? Ja, der spannende Tag ist tatsächlich dieser Tag der Generalversammlung am 26. März in Erfurt. Und ja, also da wird sich einiges entscheiden. Da wird auch ein neuer Aufsichtsrat zu wählen sein. Und wer dann da reinkommt, also da gibt es schon auch ein paar Kandidaten, die dem ehemaligen Vorstandschef Stefan Siebert immer noch treu ergeben sind. Und die sagen, das ist ein ganz toller Banker gewesen. Mit innovativen Ideen hat er unsere Bank vorangebracht. Und wir glauben dem BVR einfach nicht, dass es diese Finanzlücke gibt von über 200 Millionen Euro. Und insofern kann man schon gespannt sein, wie diese Generalversammlung ausgeht. Nochmal zur zeitlichen Einordnung. Dieser Podcast erscheint am Sonntag, den 24. März. Die Generalversammlung ist also zwei Tage später an dem Dienstag. Und wir hören uns natürlich sehr stark um, was da passieren wird. Ist die Versammlung denn überhaupt öffentlich, Vincent oder Volker? Die ist nicht öffentlich. Da bleiben die Genossen unter sich. Naja, also das wird ziemlich spannend werden. Da wird es High Noon in Erfurt geben. Und so vielleicht um ein paar Menschen mit Namen zu nennen, die da zur Zeit trommeln ordentlich. Da ist zum Beispiel der ehemalige Finanzminister mit dabei von Thüringen, Herr Andreas Trautvetter, a.k.a. DJ Andi. Der hat dann nach seiner Karriere als Politiker noch ordentlich die Charts gestürmt mit einem Remix des Rennsteig-Leads. Oder ein ehemaliger Landrat da aus Meiningen, aus diesem Landkreis, wo die Bank herkommt. Der ist auch sehr aktiv von der SPD. Und ja, es wird eben, also wir vermuten, das ist unsere Meinung, es wird darauf hinauslaufen, BVR gegen Siebertreue Genossen. Und dann der Ausgang ist völlig offen. Mal schauen, was kommt. Und wo in diesem ganzen Kuddelmuddel steckt jetzt eigentlich Stefan Effenberg? Wir hatten es eben schon angesprochen. Es gibt da tatsächlich auch eine gerichtliche Auseinandersetzung zwischen ihm und der Bank. Er wird ja wahrscheinlich nicht weiter Kredite an Profiklubs vermitteln zurzeit, oder? Ja, Effe ist eher, Effe ist raus aus dem ganzen Laden. Der hat sich verabschiedet, mehr oder minder. Er wird ja auch gekündigt zum 1. April. Der Grund ist der, die Bank möchte dieses Fußballgeschäft einfach einstellen. Da wird er nicht mehr gebraucht. Aber ja, er wehrt sich dagegen. Und es gibt einen Arbeitsgerichtsprozess in Thüringen. Und der wird jetzt auch bald stattfinden. Und der ist schon terminiert. Ich glaube für April, Volker, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, genau. Die haben jetzt den Termin nochmal verschoben. Das ist das Arbeitsgericht in Eisenach. Und da gibt es jetzt erstmal einen Gütetermin im April. Aber ja, also auch das wird spannend. Aber er hat natürlich mit diesem grundsätzlichen Ding, wo es quasi um die Existenz der Bank geht, wenig zu tun. Bei Stefan Effenberg, das ist mehr so ein bunter Aspekt. Der hat ja einen relativ gut dotierten Arbeitsvertrag. Kassiert er irgendwie 5.000 Euro im Monat für relativ wenig Arbeit. Also ein paar Stunden Arbeit. Manche sagen sogar, er hat sich seit zwei, drei Jahren gar nicht mehr in der Bank blicken lassen. Das wissen wir natürlich nicht ganz genau. Aber ja, das ist so ein Seitenaspekt. Und das behalten wir natürlich auch im Auge. Aber wirklich die ganz spannende Sache ist natürlich jetzt die Generalversammlung am 26. März. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, spielt ja nicht nur Stefan Effenberg eine Rolle bei der Bank, sondern durchaus auch seine Frau, Claudia Effenberg. Ja, Frau Effenberg war auch mit dabei. Die ist mittlerweile Modedesignerin vom Beruf und hat einen Auftrag der Bank erhalten. Und zwar sollte sie so eine Art Dienstuniform oder Dienstbekleidung für die weiblichen Mitarbeiterinnen der Bank entwerfen und fertigen lassen. Das ist dann auch geschehen. Diese Klamotten wurden geliefert, aber die Qualität war offenbar so mies, dass man das Ganze nicht verwenden konnte. Wir haben da Bilder gesehen, so richtig so ein ganzer Aktenschrank oder so ein ganzer Raum voller Klamotten von diesem Zeug, was da irgendwie verstaubt. Naja, die werden sich wahrscheinlich trotzdem freuen, dass sie jetzt raus sind. Und vor allen Dingen, wenn es dann halt eben auch ums Rotlichtmilieu geht und um Bordelle. Ist die Bank denn da jetzt auch raus wie aus dem Fußball-Business oder bleibt die da noch drin? Also aktuell ist sie im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen. Aber der Herr Chauvet, der Sonderbeauftragte der BaFin, der hat schon angekündigt, diese unethischen Geschäfte, die will da loswerden, diese anrüchigen Immobilien da in Oberhausen. Das wiederum ist jetzt eine super Chance für die Stadt Oberhausen. Die kann jetzt die Immobilien möglicherweise von der Bank kaufen. Dann kann sie die Bordelle zusperren und vielleicht dann doch das große Ziel verwirklichen, die Puffs an den Stadtrand zu manövrieren. Der Sperrbezirk in Oberhaus quasi. Da sind wir aber sehr gespannt. Erstmal müssen sie verkauft werden. Erstmal müssen wir mal schauen, wie es mit der Bank weitergeht. Wir hatten es mehrfach gesagt, 26. März ist da der entscheidende Stichtag. Da werden wir, wie gesagt, genau drauf schauen. Und vielleicht machen wir dann auch für Sie, je nachdem, was wir da rausbekommen können, auch ein kleines Update hier bei Handelsbutcrime. Und wir werden natürlich weiter schauen, wie es mit der Bank weitergeht an dieser Stelle. Lieber Vinzenz, lieber Volker, erstmal herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Danke. Ja, und wenn auch Sie vielleicht Hinweise zu Ihrer lokalen Bank oder zu einem anderen Missstand haben oder wenn Sie einmal über einen Wirtschaftskriminalfall Bescheid wissen wollen, dann melden Sie sich gerne, crimeathandelsblatt.com. Wir freuen uns immer, wenn Sie uns Mails schreiben. Auch gerne natürlich Feedback oder andere Hinweise. Besuchen Sie uns auch gerne auf Instagram unter handelsblattcrime. Ganz einfach, da finden Sie auch immer Hinweise auf unsere neuen Folgen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Ich bedanke mich aber am allermeisten bei Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.